Die Schlacht um Würzburg war Teil des Ersten Koalitionskrieges und dauerte vom 1. bis zum 3. September 1796. Nach der Niederlage in der Schlacht bei Amberg erlitt der General der französischen Revolution Struppen Jean-Baptiste Ayrden auf dem Rückzug im Maintal in Richtung Rhein. Hier eine zweite Niederlage gegen kaiserliche österreichische Verbände unter Führung von Erzherzog Karl von Österreich. Verlauf Am 1. September konnten die Franzosen aus dem rechtsmainischen Teil Würzburgs, den sie seit dem 24. Juli 1796 besetzt hielten, von einer österreichischen Vorhut vertrieben werden. Etwa 20 Leichtereiter gelangten am frühen Nachmittag nach Überrumpelung der Torwachen durch das Äußere und mit Hilfe von Stadtbewohnern auch durch das innere Sandator in die befestigte Stadt, wobei etwa 20 französische Soldaten fielen. In Unkenntnis der wahren Angreiferzahl zogen sich die Franzosen überstürzt auf die Festung Marienberg am linken Mainufer zurück. Noch am selben Tag besetzten zwei Bataillone des Erzherzogs die Stadt und im folgenden entwickelte sich ein Artilleriegefecht über die Stadt und den Fluss hinweg zwischen Franzosen auf der Festung und Österreichern auf dem Galgenberg. Mehrere Versuche der Franzosen über die Mainbrücke in die Stadt vorzudringen, um die Stadttore den zu Beginn der Kampfhandlungen noch zahlenmäßig überlegenen französischen Truppen zu öffnen, wurden abgewehrt. Die Entscheidungsschlacht fand am späten Nachmittag des 3. September statt. Insgesamt forderten die Kämpfe auf französischer Seite 2000 Gefallene und Verwundete auf österreichischer Seite 1500. 1000 Franzosen gerieten in Gefangenschaft. Vor der Schlacht hatten sich 45.000 Österreicher und etwa 41.000 Franzosen gegenüber gestanden. Infolge der französischen Niederlage war General Jordan gezwungen auf Yilan zurückzugehen. Am 19. September 1796 kam es bei den dortigen Rückzugskämpfen zu einer zweiten Schlacht bei Altenkirchen. Nach dem Rückzug bis Düsseldorf legte der Befehlshaber Obergeneral Jean-Baptiste Ayrden sein Kommando nieder. Zum Schutze ihres Abzuges brannten die Franzosen die im Pleichachtal gelegenen Dörfer unter Pleichfeld, Burg Grumbach und Mühlhausen nieder. Eine Vorgehensweise, die die Sambre und Marsarmee auf ihrem verlustreichen Rückzug zum Rhein noch häufig wiederholte. Museale Rezeption Im Zuge der Schlacht um Würzburg wurde am 3. September 1796 der französische Beobachtungsballon in Trepide durch österreichische Truppen erbeutet. Er ist heute im Wiener Heeresgeschichtlichen Museum ausgestellt und stellt somit das älteste noch erhaltene militärische Luftfahrzeug dar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017